Die DAXianer geben sich aktuell richtig Mühe. Der Kurs geht nach oben. Wir gucken kurz auf den Tagesschart, dass wir es nochmal sehen. Da sehen wir, dass wir, nachdem wir diese Marke quasi hier beim Index erreicht hatten, ihr seht das Tief hier Mitte Juli, wir hatten eine Wendekerze hier, einen Hammer am 18. Das war der, was war das? Freitag war das doch, oder? Da hatten wir eine Wendekerze. Der Markt tatsächlich seitdem nach oben. Ein bisschen wenig überzeugend scheint schon, dass wir so viele Tails auf der Oberseite haben. Das heißt, der Markt geht hoch, kommt aber wieder runter, geht hoch und kommt wieder runter. Also die Frage ist, ist es das jetzt wirklich schon? Können wir davon ausgehen, dass der Markt hier jetzt massiv nach oben geht? Schauen wir es uns an, auf den etwas kleineren Zeitebenen. Zumindest mal haben wir eine interessante Situation, die für eine Wende in Frage käme. Hier sehen wir nochmal den 4-Stunden-Chart. Wir sind so in dieser oberen blauen Kiste, wo wir gesagt haben, ja, da geht das so langsam los. Eigentlich wäre mir die untere blaue noch etwas lieber gewesen, aber wollen wir nicht so pingelig sein. So weit, so gut. Der Markt kommt immerhin nach oben und das ist eine gute Voraussetzung und eine gute Chance eigentlich für nach oben. Allerdings irgendwas zu mosern ist immer. Schauen wir uns diese Aufwärtsbewegung, alles was wir seit dem Freitagstief hatten, ein bisschen genauer an. Dann sehen wir einmal auf dem Index, dann auf dem Future, das, was ich eben mit den Kerzen gesagt habe. Guck mal, wie der Kurs wieder runtergekommen ist. Na gut, relativ steil, dann zack und jetzt wieder so runter. Was man ihm zugutehalten kann, ist, dass die Rücksetzer immer kleiner werden aktuell. Das lässt immerhin noch die Chance offen, dass der Kurs quasi immer kleiner intern hier auf dem Weg nach oben unterwegs ist. Aber wehe, der Kurs geht nochmal hier durch. Wenn also dieses Tiefen nochmal gerissen wird, dann ist ziemlich sicher diese Marke nochmal fällig. Und dann sind wir in dem Bereich, den ich gesagt habe, 15.400 abwärts. Ich sage mal bis 15.200 in etwa. Dann muss man damit rechnen. Schauen wir uns den Future an. Warum den Unterschied? Das ist der Index. Das ist also quasi nur vom Verlauf das, was der Aktienmarkt tagsüber macht, wo man eben drauf guckt, aufs Board. Den DAX kann man per se so nicht handeln, sondern das ist ja nur das Anguck-Element. Der DAX Future ist quasi das, was man handeln kann. Ich weiß, viele handeln natürlich nicht den DAX Future, sondern einen CFD oder einen anderen Kontrakt da drauf. Das ist klar. Aber wenn ich mir den mal angucke, der hat auch die außerbörslichen Zeiten drin. Das sieht ganz schön, naja, hier mit gutem Willen könnte man das jetzt noch so halbwegs aufzählen. Was ist denn das für ein Verlauf? Also ich muss sagen, richtig bullisch ist das aus meiner Sicht nicht. Ich habe den Verdacht, dass mir das auf lange Sicht noch nicht so gut gefällt und dementsprechend, dass wir dieses Maturium tatsächlich noch mal erleiden müssen. Das heißt noch mal die 15.400 beim Index. Beim DAX Future sind wir hier schon mal einmal tiefer. Also da könnten wir auch schon fertig sein. Aber möglicherweise müssen wir noch einmal tiefer gehen, bevor dann der Kurs nach oben geht. Also der Verdacht besteht, dass wir noch mal dieses tief ansteuern. Das wäre jetzt hier beim Future ungefähr bei 500, 15.500. Beim Index ist es ein bisschen höher. Also es ist nicht höher, Entschuldigung, aber es ist noch ein bisschen tiefer, was er gehen muss. 15.400 ansteuern. Also irgendwie sowas in der Richtung. Würde mich nicht wundern. Jetzt also Short gehen? Na, vorsichtig. Nicht jetzt einfach blindlinks Short gehen. Allerdings der DAX Future gibt uns so ein bisschen einen Wink für all diejenigen, die aktiv traden, die jetzt sagen, Mensch, hier Rüdiger am Nachmittag, da geht doch vielleicht was. Die letzte Bewegung ist stark und zwar nach unten. Wenn wir jetzt eine schwache Aufwärtsbewegung bekämen, dann wäre ich auf jeden Fall mutig genug zu sagen, naja, dann wäre das hier eine Chance für die Abwärtsseite. Und unter der Bedingung, dass das jetzt nicht der Burner-Move ist, den er hier gezeigt hat, dass wir sogar noch mal ein bisschen nach unten gehen. Ist dieses hier jetzt Pflicht? Ne, das stände ihm gut zu Gesicht. Aber ihr seht, hier hätte ich genauso argumentiert und hätte gesagt, wenn er wackelig hoch... Ach so, hat er nicht. Und wenn er Trigger... Ja, ja, auch nicht. Ja, also insofern, wenn er jetzt hier A, B, C hätte das hier getriggert, hätte ich gesagt, ja klar, schaut noch mal. Ist doch logisch. Hat aber nicht gemacht. Also ihr seht, ganz häufig ist der Markt viel fairer, als man das denkt. Viele sagen immer, ja, da verarscht dein immer so, der ist immer gegen einen und sowas. Meistens ist es so, dass man Zeit nicht abwarten konnte, dass man gesagt hat, ich muss jetzt aber trotzdem irgendwas tun, sonst verpasse ich wieder was. Und das ist dann häufig der Punkt, wo man dann quasi aufs Glatteis geführt wurde. Toll bei den Temperaturen aktuell. Naja gut, auf jeden Fall, bevor es feuchte Füße gibt dir. Also wenn er das macht, das hat er, anschließend korrektiv nach oben geht, merkt euch so halbwegs die Mitte dieses Kurses. Das könnt ihr vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Im Moment ist das der. Wenn der Kurs vorher noch ein bisschen weiter fällt, dann ist das hier eventuell anders. Das wäre meine Lieblingszone. Das ist jetzt beim Future gerechnet 15.775 bis 15.800 in etwa. Darf ein bisschen höher sein, darf ein bisschen niedriger sein. Wer jetzt sagt, naja Rüdiger, ich gucke doch immer auf den Index, was das angeht. Da gilt das gleiche Prinzip, nur ist der natürlich heute Abend schnell im Feierabend. Aber grundsätzlich gilt das natürlich auch, wenn er hier in diese mittlere Zone reinwackelt. Ich zeichne sie euch kurz ein, ablesen könnt ihr es hoffentlich selber. Oder ich sage es euch kurz, 735 bis 760 circa, darf ein bisschen drunter oder drüber. Aber wichtig, das muss schwach sein. Was ich auf keinen Fall sehen will, dass er auf das genauso steil wieder antwortet. Das ist genau nicht, was ich will. Hier hatte ich noch gesagt, naja, wenn er wackelig hochkommt, Short, gut, das ist jetzt Geschichte. Wir sehen, dass es nicht wackelig hochgekommen ist. Also hätten wir auch nie hier eine Short-Position versucht. Oder hätten wir auch gar nicht gekonnt. Hier ist was anderes. Das und wackelig hoch, dann bietet sich eine Fortsetzung an. Das ist jetzt kein 1 zu 1 Verhältnis, weil das nicht der höchste Punkt ist. Der Kurs kam ja von oben, aber das hatte ich die Tage schon mal erklärt im Sinne von 1, 2, 3, 4 und 5 nochmal. Also müssen wir ja nicht im Detail jetzt nochmal drauf eingehen. Also ich bin im Moment mäßig überzeugt von der bullischen Seite. Ich finde das alles nicht schlimm. Und ich fände das auch nicht schlimm, wenn er nochmal runter geht. Im Gegenteil, eigentlich wäre es schön aufgeräumt, wenn er da nochmal in die Kiste reinfällt. Das wäre gar nicht so übel. Ihr wisst jetzt, wie das in etwa Intraday aussehen müsste, falls ihr euch dafür interessiert. Für die längerfristigen unter euch, naja, haben wir ja gesagt, über 15.100, machen wir sowieso keinen Aufstand, sondern lassen das mal erstmal gewähren. Wie sieht es beim Dow aus? Naja, grundsätzlich ähnlich. Ich meine, das ist jetzt hier ein doofes Beispiel. Gehen wir mal hier kurz im 5-Minuten-Chart. Dieses Hoch zur Orientierung war 21. August, 12 Uhr. Scharfe Abwärtsbewegung. Was haben wir gekriegt? Dreiwellig nach oben. Wir wissen, dreiwellig ist die falsche Richtung. Das wussten wir natürlich hier nicht. Viele sagen ja, dann gehe ich doch da short. Vorsichtig, da hätte er ja auch noch weiterlaufen können. Aber spätestens, wenn er dann hier diese Marke durchstößt, ist schon klar, dass das wohl nicht die Hauptrichtung ist. Nach oben, sondern eben dreiwellig. Meine Vermutung ist, und die ist gar nicht so abwegig, dass wir sogar nochmal hier runter gehen. Ja, theoretisch sogar noch tiefer, aber da das nicht die erste Welle, er kam ja von oben, können wir das nicht voraussetzen. Sollen wir also jetzt hier noch shorten irgendwo oder da? Das finde ich jetzt nicht so toll. Wir sind sehr weit unkorrigiert gelaufen. Lass ihn doch ein bisschen korrigieren. Wenn er das macht, haben wir mehrere Effekte. Erstens mal, der Kurs ist vielleicht höher für unseren Short. Zweitens, wir haben die Bestätigung, dass diese Seite schwach ist. Und wir haben sinnvollerweise, möglicherweise, wenn wir hier dann shorten, also wenn der Kurs dann hier durchgeht, ein Stopp-Niveau, wo wir sagen können, okay, wir können das schön von den Größenverhältnissen zu unseren Gunsten gestalten. Ist doch viel sinnvoller, als jetzt hier zu shorten und dann zu sagen, wo kommt der Stopp hin? Egal, gucke ich später. Das ist häufig eine Totgeburt, weil man dann nicht mehr drauf guckt. Das ist der eine Fall. Oder weil man dann nicht mutig genug ist oder nicht konsequent genug ist, die Position zu schließen. Das ist alles nicht so gut. Also, nach dieser Geschichte gefällt mir gut. Die Erwartungshaltung sowieso abwärts, also die generelle. Warten auf A, B, C oder eben mehrfach wackelnd. A, B, C auch gerne. Ideal, es ist hier ein bisschen hoch gewesen. Also, für mich ist das ja kein Trade, weil das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so passt. Aber in diesem Fall, neuer Versuch. Scharf abwärts. Komm, das kriegen wir nochmal vom höchsten Punkt hin. Höchster Punkt. Ne. Ich kriege es nicht hin. Ich hoffe, ihr schon. Höchster Punkt. So schwer kann es nicht sein. Höchster Punkt bis zum tiefsten Punkt hier. Das heißt, in die Kiste wackelig. 34.480, 34.546 plus ein bisschen mehr, plus ein bisschen weniger. Zeichnet euch Fibo ein. Das ist ja schnell gemacht. Das ist ja keine Riesenarbeit, jetzt eine Fibo-Linie da einzuzeichnen. Und wenn ihr das habt, wenn ihr da hinkommt, das Ganze wackelig, letzte Tief, das letzte Tief. Letzte hoch, vorletzte hoch. Das Tief dazwischen, wenn ihr das triggert, zack, weiter nach unten. Also wunderbare Voraussetzung. Den Teil, der fehlt noch. Kannst du sagen, ja, warum sagst du es uns dann nicht, wenn es ist? Das wird vielleicht abends sein. Das weiß ich nicht. Ihr könnt euch in Ruhe darauf vorbereiten. Es ist ja relativ easy, wie das ganze Ding aussehen muss. Also Dow Jones, noch nicht der richtige Party-Hengst hier. Im Gegenteil, der Party-Bulle ist es offensichtlich noch nicht. Beim S&P sehe ich es genauso. Also, irgendwie ist der Anstieg komisch. Das ist doch keine Begeisterung, wenn man immer so weit stark wieder runterfällt. Mein Verdacht, wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Ich würde aber nicht jetzt sagen, wenn du doch eh davon ausgehst, du, dann Rüdiger, dann spare ich mir das ganze Getue hier mit deiner Korrektur. Ist mir eh alles hier zu kompliziert. Da gehe ich doch jetzt schon short. Hast du ja gesagt. Ja, habe ich gesagt. Ist auch nicht doof, die Idee. Aber es ist nicht sinnvoll handelbar oder nicht so sinnvoll von der Risikogestaltung. Es ist doch viel besser, wenn ich das habe und danach den Short mache. Und keine Sorge, nur weil ich auf dem 5-Minuten-Chart handele, weiß ich jetzt schon, das wird eine Weile brauchen. Ich muss hier nicht alle paar Minuten drauf gucken. Ich brauche ja, nachdem wir das haben, brauchen wir ein bisschen Pause abwärts, brauchen wir ein bisschen Pause aufwärts. Das heißt, theoretisch kann das Szenario in den frühen Abendstunden passieren. Muss jetzt nicht um 19.30 Uhr, wie man es hier unten ablesen kann. Kann ein bisschen früher sein. Aber ich muss da jetzt nicht alle 5 Minuten drauf gucken. Er braucht doch Zeit für so eine Entwicklung. Und dann, dass er so was macht hier, da braucht er Zeit. Das kostet eben eine gewisse Zeit. Die kann man sich nehmen. Und dann eben die Erwartungshaltung, wenn er das Ganze triggert, dass das Ganze sich irgendwie fortsetzt nach oben. Das Ganze in Klein für ein Zwischen-Long, beziehungsweise in eine Nummer größer für ein Short. Das heißt, dieses Teilstück in der Long-Überlegung, dieses Teilstück in der Short-Überlegung. Hier würde ich aber keine Gewinne mitnehmen, sondern eher sagen, versuchen wir mal, es laufen zu lassen. Also irgendwie ist das, was wir an der Aufwärtsseite sehen, nicht überzeugend. Und das ist nicht Marktteilnehmer per Exzellance, oder wie sagt man das, Exzellance, sondern das ist, dass die Marktteilnehmer, ja, wohl eher kaufen. Aber das ist noch nicht so richtig überzeugend. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Auf dem Tagesschart sieht das super aus. Guckt mal hier. Ja, so sieht das aus. Selbst im 4-Stunden-Chart, auf den ersten Blick, so ein toller Anstieg, wenn er jetzt wackelig runterkommt, Long. Ja, tatsächlich, weil der sehr steil aussieht. Aber wenn ich die Details angucke, so richtig doll ist das auch nicht. Er ist so halbwegs überlappungsfrei. Also dieses Tief mit diesem hier, dieses Tief ist nicht überschneidend, dieses ist aber wieder überschneidend. Aber irgendwie gefällt mir diese Form nicht. Wenn er jetzt extrem korrektiv hier unterwegs ist, so was, und er durchstößt dann das, dann würde ich sagen, auf den Versuch kann man es ankommen lassen. Aber alle anderen Märkte sind eigentlich nicht so der Burner. Und wer sich diese Struktur hier anguckt, wer sagt, oh, mit Struktur, da kann ja noch gar nichts anfangen. Das kenne ich von der Tapete, sonst weiß ich nicht, was ich damit soll. Dann lass das gedanklich weg. Aber irgendwie ist das, wenn ich mir dieses Ding angucke, ich mal es mit dem Finger hinterher, das ist nicht diese Fünffälligkeit, die ich normalerweise sehr gerne schätze. vielleicht sitze ich hier Tomaten auf den Augen und ich erkenne es einfach nicht, aber aktuell ist es das nicht. Es kann sich später noch ergeben, wenn er jetzt, ich mache mal nur ein Beispiel, ich mache es mal in groß. Nehmen wir mal an, er macht, das ist die erste hoch, das war die erste Pause. So, und das kriegen wir intern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist das Interne. Und jetzt kriegen wir hier quasi nochmal so das Pandor zu dem und dann macht er nochmal hoch. Dann sind wir wieder Fünffällig unterwegs. Nämlich im Groben das, Pause, hier intern, Pause und das. Ich schiebe es nochmal zur Seite. Das ist wieder dieses Fünffällige, Überlappungsfreie. Wenn er dann korrigiert, dann gehe ich natürlich long. Aber vorläufig ist das nicht der Fall. Also jetzt noch long zu gehen, ist mir zu vage. Dafür ist mir das zu unübersichtlich und dieses hier zu wenig klar und zu wenig weit. Wenn er das gemacht hat, dann hätten wir natürlich eine weite Chance hier nach oben. Aber ich vermute, bis das der Fall ist, treffen wir uns morgen sowieso nochmal wieder oder die Tage und können uns das nochmal neu überlegen. Aktuell, muss ich sagen, gefällt mir hier die Abwärtsseite. Tja. Also im 5-Minuten-Chart, weiß ich mit dem am wenigsten anzufangen. Wer jetzt super kurz ist, da gefällt mir schon fast das hier wieder einigermaßen für die Geschichte. Aber der sagt mir, das sieht ja auch noch relativ dreiwillig. Also ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr, halte ich mich mal bedeckt für die Geschichte. Also im kurzen, ihr könnt euch immer eins merken, egal auf welcher Zeit eben ihr unterwegs seid. Wenn ihr eine starke Bewegungsrichtung habt, gefolgt von einer A, B, C oder wackele ich ungefähr in die Mitte, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, dann habt ihr eine sehr gute Voraussetzung, dass ihr das nochmal fortsetzen könnt, wenn ihr das zwischenhoch bricht. Das ist die Vereinfachung des Ansatzes, der eigentlich mit die besten Erwartungshaltungen eben hat. Ihr seht, es ist noch längst nicht das letzte Wort gesprochen. Beim Nasdaq, muss ich sagen, sehe ich die besten Chancen aktuell, dass er nicht wegbricht. Allerdings die anderen sind alle noch so ein bisschen auf Pause. Was aber durchaus sein kann, während die anderen Pause machen, kann er ja so eine Pause unter Umständen hinbauen. Also insofern, das wäre noch alles konform. Die Welt scheint zumindest mal bei diesen Indizes noch nicht verloren. Dow Jones gefällt mir, wie gesagt, nicht gut. Das hatte ich die Tage intensiver besprochen. Schaut euch das gerne nochmal an, wenn euch das interessiert. Warum nicht? SAP und Nasdaq finde ich noch okay. Also noch nicht im Drama-Modus. Mit Chance auf Drama, aber das müssen wir jetzt im Moment noch nicht hochkochen. So dramatisch ist die Welt aktuell dann noch nicht. Für den Intraday-Bereich gab es jetzt mehrere Trading-Möglichkeiten, die ich euch aufgezeigt habe. Achtet drauf, ob ihr die passende Korrektur kriegt und ihr den Trigger seht. Euch alles Gute und liebe Grüße.